Anfangsschicht berabelt immer Shopfloor. Da erzählt uns unsere Schichtleiter, wie die Anlage läuft oder so. Und ja, wir müssen auch reden, wieso unsere Anlage ist nicht gut gelaufen. Wir müssen einfach kommunizieren. Also mit der KVP-Karte, wir geben die Vorschläge, dass wir nachher den Arbeitsplatz verbessern und einfacher arbeiten. Da muss ich das Thema schreiben. Was soll ich verbessern? Und da ist die Massnahme, die Vorschläge. Vor dem Kurs hatte ich viel Mühe mit dem Schreiben. Mir fehlen immer die Stichworte, wie muss ich genau formulieren, die Worte und so. Ja, der Kurs hat uns wirklich viel geholfen. Ich merke auch von meinen Arbeitskollegen, wir sind jetzt mehr selbstständig. Der Lehrer des Kurses hat mir empfehlt, dass ich eine Ausbildung machen kann. Und jetzt, seit Februar, bin ich in einem Vorbereitungskurs, dass ich aufstehen kann für nächstes Jahr. Ich anfange mit einem FZ-Anlageführer-Ausbildung. Im Vorbereitungskurs lerne ich mehr Deutsch und Mathematik und Informatik und alles, was hat zu tun mit der Ausbildung. was hat zu tun. Ich fuhre! Ich fuhre! Ich fuhre! Ich fuhre!